Okay, alles klar. Da hinten drinnen auch schon. Ja, das hab ich auch schon. Dann, ich schau mal, ob ich die herlocker kann. Einen nach dem anderen. Ohne den großen. Jetzt hab ich gleich kein Messer mehr. Oh, kann ich. Aus dem Klier wie der Drottel auch. Alter, den hab ich jetzt eingesteckt wie der Lars auch. Ja? Ja, okay, ich hab den Lars, die sind tief, oder? Ja. Okay, kein Problem. Wenn man immer schieh, äh, aggro mal und rückwärts nicht. Na komm, du wärtiger Blöder. Du Wurzelgnon, du blöder... ...Spasti. ...Spasti. Ja, 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 komm, 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 komm. Hier gibts ein Prenner. ...Spasti. ...Spasti. Irgendwie macht das Spaß, Alter. Oh, weiter! Ich hab den Klier. Das hat er vorbeugt Ich hab die Scheiße von ihm aber haben 3 bis 4 Na, bloß ein Sturm Ah, ist ja geil Hey! Hier, komm her! Hey, Alter, schau mal! Der ist blind oder so? Hier ist dein Ziel Hier ist dein Ziel Alter, dieser Windskill, der hat einen Blink gemacht oder sowas? Dankeschön Du hast gesehen, wer gekonnt meine Rolle war Ja Ich will, ich will, ich will Na, mach Ah, das will gekonnt sein, ja? Ich glaube, wir haben sogar auf die Art noch mehr beim Menschen gemacht als wir mit dem Wahrscheinlich, ja, das hat's ganz schön gekriegt gerade Das ganz schöne umeinander schnetzeln Aber, hast gesehen, wie geil ich mich auf die Statue mit dem Ring aufgestellt habe Ja, das war geil, oder? Ja, das war geil, oder? Ja, genau im richtigen Moment weggeräumt werden Ja, das war geil, oder?